Servus, Servus! Ich krieg's nicht hin. Ah, ist er wieder? Wer ist bei mir? Weiß ich nicht, Freunde? Hast du Freunde? Nein, nein, nein. Okay, dann ist er. Ich bin beleidigt. Ich bin immer da. Ich bin der Flamlock, der Killermaschinen-Gangster-Rapper. Battlefield, ab gut. Vor dem ist einer. Wo denn? Sie hat nur eine Leiche. Leiche. Mit A-I. Ja. Schreib mir das nicht. Boah. You're in there. Wiii. Ich hab's denn gegeben, Alter. Ich hab aber hier voll den Spray gerade gemacht. Eigentlich hasse ich's selbst, ne? Mach's trotzdem auch so, ne? Ja, mach's mein Wurst mal wegen Spray. Boah! Hinter dir, hinter dir! Oh, rein hinter dir! Zeigerns Gesicht, ey. Genial. Das ist voll die Knall- die Knall- die Knall- die Knall- die Knall- Hahahaha. Das ist so- das ist mein Neu- Das ist ein High-Cop. High- Up High. Hawa. Hä? Wo denn? Wir fahren die! Ja, da, 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 da. Da haben dein kleines Geiß leben, hörder. High-Cop, eigentlich wollte ich High-Cop sagen. Da, schau dir den an! Was bist du denn, Idiot da? Wie er einfach durchrennt, ne? Es passiert nix. Der Spack und die Schussmaschine. Wo ist denn der? Keine Ahnung, überstehen der Auge lang. Denk mir mal. Ist da oder? Da oben im Haus, also im Haus, in dem einen Haus ist einer drin. Ah, super, was den holen wir? Du machst das mit den Türen, oder? Uh, weg ist er. Ja, er hat das mit den Türen. Von den Fenstern, da ist einer drin. Das ist mit den Fenstern. Das ist so ein bisschen kaputt ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Bist du wie ein Lacker? Warte, was hat denn der jetzt aufgelacht? Was müssen Sie sehen? Ah ja, hab ich gesehen. 10, 164. Oh, hier ist die offen? Äh, ja. Du hast doch einen Arsch offen, oder was? Nein! Fiss Nase. Ja, Krieg muss laut sein, weißt du? Muss laut sein! Don't push the red button! Ne, den push the red button. Okay, dann werden wir ein bisschen Sanität an. Ja. Alter, rapen sie wieder, weißt du? Ja, ja, ja. Ja, guck mal, bringt dir gar nichts. Du bist doch gleich am Arsch da oben. Wie er rumhüpft, ey. Ja, wie ein schwul auf Bunnyhopper macht. Das ist ein Wohngebiet, Alter. Komm, lass mal weitergehen. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Bist du hinter mir? Ja, aber lauf mich. Ah ja. Pass auf! Der ist weg, dieser mit deinem Arsch. Da ist raus, wenn ich mich mal. Ah, der ist kaputt. Mit dem Gebäude hinten. Da ist einer drin. Sein hässliches Gewehr weggeballert. Sauber, bin hinter dir. Okay, lass uns kurz hier kämpfen. Ja. Da ist einer. Und die Lage checken. Oh, gemessert! Ficker! Okay, dann machen wir aber eine Pumpe. Ja, machen wir. Ja, okay, bin bei dir. Guck mal hier. Ja, hab ich. Haha. Pumpe ab, das Bier. Pumpe bis ab. Lass weitergehen. Komm, 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 komm. Warte, da kommt einer rein. Ja, passt schon. Ja, hier ist ein Panzer drin, einer. Lass den mal weiterfahren. Wir müssen ja mal ins Hane, ich habe viel surfen. Nein! Was ist denn das für einer, bitte? Was hat er noch? 8 HP hat er noch. Ja, die gehen mir alle auf den Sender hier gerade, weil sie base raaten. Nervig wie Sau. Idioter! Ich habe das Spiel voll drauf, ich soll base raaten. Ich bin der Bruno, weil ich bin der Baseraper. Guck mal, ich habe nicht voll die Stats und so. Ja. Ich kann zwar sonst nichts, aber ich spiele gerne Sniper, ne? Los, komm, nehmen wir hier einen Punkt jetzt mal einen und zeigen, wie es hier geht. Ja, ich bin hinter dir. Ja, komm, Panzer, warte, pack die Pistolen raus. Panzer, uah, ja. Panzer. Uah, da ist er ja. Was, wo? Ach, hier. Der Sinus, bleib hier einfach stehen, bleib hier einfach stehen. Der Sinus nicht. Der drückt mir gerade das Headset voll. Ja, da bin jetzt einer reinkommt, ist das Queen. Ja, passt schon, passt schon. Da oben ist einer. Aha. Komm zurück, komm zurück. Ja. Boah, Merde. Merde! Was? Warum geht der nicht? Was? Boah, ich werde ein bisschen geflaggelt. Da rechts war irgendwo einer gerade. Er ist down. Lass mal komplett durchgehen, Richtung B hinter. Hä? Das schafft man nicht. Das ist ein bisschen gegen den Weg. So, das schaffen wir, das schaffen wir. Aha. Alle, hier läuft doch einer. Wo denn? Wie bei mir hinten, kommen wir hinter. Ich bin hier. Wo ist der? Haha, schon wieder down. Alles nachlauern. Ja, ich auch. Alles leer gerade hier. Ja, ist klar. Wie er auf die Zunge rankommt und fliegt nicht um, ne? Ja. Zweimal mit der Schrott voll ins Gesicht. Und was macht der? Nein! Sieg's doch doch. Weil er ein, ich betone es gerne, Semmelkopf ist. Oh, ich habe keine Mutti mehr. Warte, wer hinter uns? Na ja, überall gerade. Ich muss alles nachladen. Oh, ich bin hier voll. Huiuiuiuiuiui. Nein, das hat er mich. Sonne ist es wieder, ey. Komm, wir fahren hier einfach mal mit dem Buggy hier durch. Ich mach jetzt einfach mal so eine Anleitung auf YouTube so wie verreckt man für's Dummies. Komm, ich fahr da jetzt durch, Mensch. Oh, 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 Panzer, Panzer. Wurscht. Einfach durch hier, einfach durch hier. Guck mal, so, easy, ganz easy. Easy, easy. Guck, hier, easy. Dann lassen wir es hier stehen und nehmen das hier einfach ein jetzt. Okay. Ah, zack. Oh. Wir campen hier ein bisschen. Wunderfällig. Warte, warte, warte. Da kommt was, da kommt was. Glaub ich. Boah. Mal gucken, weil sie alle, weil sie alle mit dem Rapen beschäftigt sind, kriegen die es gar nicht mit, dass wir hier einnehmen, ne? Nein. Wir fahren Moni, oder? Ja. Dankeschön. Dankeschön, ey. Wisse, zack. Geh mal weiter. Haha, Idiota. Achtung, hier kommt Sniper, Sniper. In dem anderen Haus. Boah. Das ist geil mit Raketen. Ja, RPG und Infanterie. Das sind die richtigen. Das sind die richtigen. Ja, das sind die richtigen. Ich halte grad einen Daumen in die Kamera, die aus ist. Ganz vergessen. Komm, und bitte. Mach mal nochmal. Ab rein hier. Ich baller, du fährst. Zagi, zagi. Recht. Ja. Oh, Power Slide, hast du gesehen? Und jetzt nimm mal hier ein Ding ein. Komm. Achtung, geh rein. Achtung, da kommt einer und ist tot. Hihi. Yeah. Ja, ich bin tot. Klaas grad platt gebossen. Ja. Ne, du bist ja nicht tot. Doch. Stolasch. Stolasch. Okay, okay. Hinter uns. Überall. Ja, ja. Hä? Und zwei Metern mit der Schrott ins Gesicht und der läuft weiter. Das gibt's ja gar nicht. Kann man gar nicht erzählen, dass das kein Shit ist. Das ist schon wieder der. Achtung, hinter uns. Überall. Okay, jetzt weiter. Wow, Spray! Was? Was? Okay, die macht jetzt mal Sprayn. Achtung. Äh. Die hat mich rausgeschossen. Ja, ja. Ich geh mal weg hier. Mit der Schrotflinte. Ja, ja. Logisch. Easy. Wollen wir nicht. Seine Murda. Boah, ich bin gleich kaputt. Haha. Pass auf. Nicht nur tot. Gut. Boah, rechts. 6. 4. 5. 6. Jaaaa. Mehr können sie aber auch nicht. Das war's genau wieder. Da, guck mal, wie sie nix können einfach. Da, guck mal ein Stück, du. Boah, komm, ey. Das ist schon wieder langweilig. Pass auf, die kommen hier von links. Links außen. Ich zeige dir nochmal, was sehr effektiv im zweiten Möckrock war. Rushen? Nein. Vercampen? Nein. Bassraven. Guck mal hier, guck mal hier. Er kommt raus mit seinem Dauerfeuer und mal. Alter. Einfach auch mal. Na ja. Einfach mal reingesprayt. Hauptsache. Ah, ich hab einen Kill. Ich hab einen Kill. Ich bin imba. Und ich mach hier mit. Ja, genau. Mit der RPG. 2. 32, 8 hat er, ne? Guck mal hier, dauervoll. Das bringt gar nichts, du Lusche, ey. Ja, hinter uns. Überall. Da kann man sich irgendwo rum. Ja, guck. Bassraven. Unglaublich echt. Oh, bist du down? Also nicht du. Der andere hier. Ah ja, guck mal hier. Haha, gespawrt direkt der Tod. Die Illusion, ey. Pass auf, hinter die, hinter die. Und hier im Haus ist einer drin. Habe ich? Bei der 150 Schuss, der hat. Nein! Ach, Mann. 100% Leben, ey. Das kann man gar nicht erzählen, dass das... Machen wir erst noch fertig. Ich seh bald fertig hier. Ich bin gleich fertig. Nervlich, optisch. Das ist sowieso. Schon lang. Na, guck mal hier. Uuuh. Bis zu tun. Ich kann gar keinen abschießen, weil ich dann so 6 an den Seiten gleichlich beschossen werde. Und dann dazu so ist, wenn die die super Kicker waren, ey. Ja, ja, logisch. Wahrscheinlich schreibt irgendeiner von da drüben, schreibt da nachher easy. Pass mal auf. Hä? Hä? Wer ist bei uns bitte gerade? Oh. Guck mal hier, diese scheiß Sunny, ey. Da kriegst du den hier. Na ja. Achtung jetzt. Achtung. Guck oben links. Einer schreit's. Irgendeiner schreit's. Ja, GG. Ich weiß, ich weiß, was jetzt GG ist. Ja. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Geh mal fort, geh mal hauen. Vierte Papa. Tschüssing!